Die Szene. Solingen hat wie jede andere Stadt so ihre Szene. Und da sitzen stehen alle dann jene, von denen man sagt, dass sie im Leben gescheitert sind. Nicht unbedingt erst Erwachsener, teils schon als Kind. Für mich hat die Szene unserer Stadt einen Stellenwert, auch wenn man sich oft genug darüber berechtigt beschwert. Aber auch sie sind Menschen wie ich und du. Versuchen wir alle was dagegen, das Negative zu tun, packen wir an. Denn etwas für das gemeinsame Miteinander hier tun zu können, werde ich mir als Mensch und Polizist noch ca. 6,5 Jahre gönnen. Als Mensch danach aber weitermachen mit der Kraft, die mir bleibt, bis mich der Wind als Staub in die Ewigkeit treibt. Packen wir als Mensch für Menschen für diese Stadt zusammen an, zeigen wir den Skeptikern, dass es gelingen kann. In diesem Sinne komme ich mit diesen Worten jetzt zum Schluss, weil auch ein dichtender Polizist mal enden muss.